Industrial Flow Solutions präsentiert das Overwatch Direct-In-Line-Pump-System. Ein revolutionäres Abwasserpumpensystem, das sämtliche Probleme herkömmlicher Sammelbrunnen beseitigt. Mit unserem Overwatch-System sammelt sich Abwasser nicht mehr in offenen Gruben an. Stattdessen wird das Fördermedium direkt vom Zulauf über den Druckabgang zur Übergabe- bzw. Entsorgungsstelle transportiert. Dadurch werden unangenehme Gerüche eliminiert, die Sicherheit der Bediener erhöht und Wartungseingriffe minimiert. Das intelligente Sensormodul von Overwatch passt sich in Echtzeit an, um den Durchfluss zu steuern und Verstopfungen zu vermeiden. Dadurch wird ein störungsfreier Betrieb gewährleistet und optimale Leistung erzielt. In der Duplex-Konfiguration ermöglicht das Overwatch-System eine vollständige Redundanz, sodass immer eine Pumpe in Betrieb ist, während die andere als Reserve bereitsteht. Beide Pumpen sind für eine Kapazität von 100% ausgelegt. Erkennt unser System eine erhöhte Belastung durch Verstopfungen oder Hindernisse, wird der Durchfluss automatisch zur Reservepumpe umgeleitet. Die Pumpe, die auf das Hindernis trifft, wird umgekehrt und mithilfe der Dip-Cut-Impeller-Schneidklingen wird die Blockade beseitigt. Sobald das Drehmoment wieder im akzeptablen Bereich liegt, kehrt die Pumpe zum normalen Betrieb zurück. Unser Overwatch-System wird ab Werk vorkonfiguriert und getestet geliefert, um eine reibungslose Installation zu gewährleisten. Die modulare Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Strukturen oder bei Neubauten mit minimalen Erdarbeiten oder Anpassungen. Mit unserer werkseitig gelieferten Steuerungseinheit haben Sie die Möglichkeit, das System entweder vor Ort oder über die Cloud über ein verbundenes Gerät zu überwachen. Overwatch – Changing the world one wet well at a time.